So Leute, jetzt haben wir hier noch Papa Platte Clips, dir 5 Minuten lang deine IQ sinken von CraxiPie. Wurde mir wärmstens empfohlen, sich das reinzuziehen. Ich hab mir ja letztens schon auf das andere Video reagiert von Papa Platte. Das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt natürlich kein Content, weil wir reagieren jetzt gerade auf keinen Content. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ich verstehe auch nicht, warum sich das jetzt so viele Leute hier mit mir im Chat anschauen. Ihr könnt doch gerne mal in einen einzelnen Chat schreiben, wenn ihr Papa Platte Scheiße findet. Damit der auf jeden Fall hier schon mal ganz kurz so als Feedback das Ganze mitnehmen kann. Ja, da sind ein paar Zweien dabei. Ich denke mal, die haben sich verschrieben. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen an der Stelle einfach mal an. Und ich bin mal gespannt. Ich starte mit einem Basis-IQ von 143. Mal schauen, wo ich am Ende rauskomme. Let's go. Alke, Le, Abia, Ileveado, El Portal, Que, Abrio. Boah, Alter, halbe Buch. Ich glaube, egal wie... Es ist ein Buch. Es war ein Buch, was du in der Hand hast, Kevin. Man hat 65k, sind immer 65k, Bro. Das stimmt. Egal wie viel Geld man hat, 65k sind immer 65k. Ja, weil die Zahl sich ja nicht ändert. Das stimmt schon. 200 minus 50. Boah, ich werde richtig gut im Game. Scheiße, was? 6 durch 8. Was ist 6 durch 8, ja? 75. 70. Boah, Digga, also sorry, Alter. Sorry, Mann. Kevin, da wird man ja wirklich dumm, wenn man das schaut. Kevin, watch this. Ihr werdet proud of mich sein, okay? Äh... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kevin, du bist so ein dummes Stück Scheiße. Ähm, Digga, mach's dann ne Klöcke. Das bringt die Community und den Streamer näher zusammen. Was ist ne... Ach, mein Gott. Sieht sich aus. Noch ein Fleisch an der Küchenscheibe gefunden. Das ist die Kloecke. Ne Klöcke. Bro, Bro, wirklich. Bro, wirklich jetzt, Kevin? Ja, ich meine, es ist doch ein... Also, ich find's kein... Also, ich find's ein... Ich find's dumm zu sagen, dass es... Also, ähm... Ach so, ach so, ähm... Ey, äh, Chad, kann man schwimmen in dem Game? Ach, ja, Baba. Bro, du brauchst Ausdauer dafür. Das ist doch diese Anzeige. Ist der... Junge, Junge, Junge. Ignorieren wir den Halbschein, Leute. Lassen wir schön verrecken. Nein! Hat Bier Kohlensäure? Kevin? Digga, Kevin, wirklich jetzt? Hat Bier Kohlensäure? Bro! Bro! Jetzt nicht choken, Boys. Mackie Messer, danke. Ach du Scheiße. Simmys? Noch nie gehört. Oh, da ist ein Löwe drauf. Oh. Das ist ein... Da ist ein Löwe drauf. Ja, safe. Ja, safe. Das ist er, der Löwe. Shut up. Ach so, Freunde, ich hab euch vergessen, was zu zeigen, was ich diesen Monat gemacht hab. Ich hab mein eigenes kleines Biotoprand gezüchtet. Let's Chris, danke schön, Bro. Ah! Digga, das verkaufen auf Ebay 133.000 Euro rein in die Masse, Kevin. Ich möchte Kajo und Crackspie aussaugen. Iiiiih! Alter, ich... Ah! Kevin, halt doch deine Fresse. Das ist so ein dummer Clip. Da hab ich mich so drüber aufgeregt. No joke. Also so dumm kann ein Mensch nicht sein. Es gibt keinerlei Möglichkeit, bei Among Us irgendwas mit dem Mikrofon zu machen, Bro. Überhaupt nicht, Digga. Das kommt wirklich... Also da muss man einfach wirklich extrem dumm für sein. Was denkt der sich? Was denkt der sich, Bro? Das ist nicht... Hallo Crackspiel, du hast einen kleinen Schwanz. Ja, du auch. Hm, das kann sein. Warte mal. Oh, oh. Oh. Ist richtig. George, at Remartix. Danke schön. Mami, die nehmen sie's hot. Moin. Digga, what the fuck? Was soll das denn? Yo, wie laut ist es jetzt, Jungs? Ist es laut? Kevin, lass das. Hey, lass das. Ich kann. Ja. Junge, warum guckt man sich diesen Streamer an? Wieso guckt man sich meinen Content an, ja? Basti, wird mich schon nicht töten. Boah, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Das wird echt schwer. Vielen Dank für die 5 Euro. Spende. Oh, was ist das hier? Jede Zogaprozessin fertig zu einer Rüstung führen. Schwimmtempo. Nobis. Digga. Ich glaube, also ich glaube, das macht Kevin auch mit Absicht, oder? Oder ist der wirklich so dumm? Der hat die Friedensstatue richtig aufgebaut. Ich hab die falsch aufgebaut. Bei mir hält die das Buch so. Bei mir hält die das... Warte. Stellt euch vor. Diese Statue? Die hält das Buch so. So bei mir. Wirklich. Ich hab die falsch aufgebaut, diese Friedensstatue. Und Kevin hat die richtig aufgebaut. Wie chillig. All the other kids with the bun. Digga, Kevin lösch dich einfach. Lösch dich, lösch dich, lösch dich. Freiheitsstatue, ja. Meine ich. Hat das so zwischen... Bro, es liegt jetzt überall Hackfleisch am Boden. Da ist der Lustige und Cool aus dem Podcast. Ah, nice aim. Bist du Crackspie? Holy shit. Okay, nevermind. Ich hole meine Taschenlampe. Okay, ha? Ja, Ian. Wen wird's jetzt ficken? Ich hab meine Taschenlampe wieder, pussy bitch. Oh, bitch. Bro, wisst ihr, was ich mir manchmal denke, wenn ich in ein Restaurant gehe, was scheiße ist? Ja, erzählst uns, Kevin. Warum machen die nicht einfach besseres Essen? Digga! Das ist ja... Hä? Äh? Zoli Don Paul, Name Sulang. Ähm, ähm, Digga. Name Sulang heißt er. Digga. Er liest wie ein Viertklässler. Shut the fuck up, ey, das ist Lüge. Wir haben morgen einfach meinen ersten Schultag wieder Schüler wegen zweijähriger Weiterbildung. Und ich bin so nervös, weil neue Leute kennenlernen. Das ist leider nicht meine beste Fähigkeit. Aber chilliger Stream heute. Digga, mach dich nicht verrückt. Die werden... Hentai... Girl... Warte mal ganz kurz. Kajo spielt Hentai Girl Linda. Ich wollte grad sagen. Ich muss Sascha killen. 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 Okay. Sascha muss ich killen. Ich hab grad Sascha gekillt. Ich hab grad Sascha gekillt. Ich bin's. Ich bin der Impostor. Ich hab grad Sascha umgebracht. Digga, das sind doch schizophrene Züge. Der braucht Hilfe, der Junge. Ich muss jemanden töten, Chat. Wir müssen töten. Hallo. Das hast du ja auch überraschenderweise lange mit Carl gegrindet, ne? Das war ja so ein geiles Game hast du ja gesagt. Hä? Digga, also wirklich. Dieser Junge ist von Katzen großgezogen worden. Ich weiß nicht warum, aber die kann ich so chillen. Ich bin echt gerne hier drin und ich mach den Raum immer zu von der Tür. Alke... Lassen wir's einfach. Ach komm, lass... Ne, Leute. Ne, ne, wirklich. Ich hab keinen Bock. Ich bin am Ende bei einem IQ von 96 rausgekommen, Alter. Das ist immer nur das Zehnfache von dem, was Kevin hat, aber trotzdem, Alter. Also, Bro, tut mir leid. Wirklich. Das ist einfach... Also, Digga, ich hab ADHS, aber was Kevin hat, ich will's gar nicht wissen. Grüße geht raus an Craxy Pie an der Stelle. Wenigstens jemand, der aus Content... Versuchen Content macht. Scheiße, man. Scheiße, scheiße, scheiße. Wirklich, was ich will's erst mal bitte. Ich hab dich. Wirklich, das ist ein bisschen besser.